Willkommen meine Sturmtruppler! Wir sind wieder in Stark Wars unterwegs, sind wieder im Kryoschlaf aufgewacht, ein paar Sturmtruppler schlafen noch, dann packen wir die Folge weg, ich gehe schon mal in den Konferenzraum. So, neue Sturmtruppler werden jetzt nach und nach ein Treffen, umfasst man sammelt die nämlich alle ein, die muss ich erstmal suchen. So sehe wie viele mal heute aktiv haben, wie viele Sturmtruppler. Für alle Sturmtruppler, die nachzügeln, wie immer hier ist aktuelle Passwort. So, machen wir doch gleich mal, hab ich nämlich drin, egal. Wird schon schiefgehe. So, wir mussten ja vom letzten Mal auf eine neue Frequenz gehen. Das ist jetzt die 61, da die Rebellion unsere 66 durch die Gefangennahme unseres Architekten herausgefunden hat. So, zu der kleinen Rückblende-Geschichte, dann rufe ich mal zum Appell da. Käpt'n, fass mal. Mein Schüler. Hallo Meister. Sind die Sturmtruppler? Die Meister schlafen noch. Wo ist Käpt'n, fass mal. Ich werde sie sehen, ich weiß es nicht. Ich werde gleich zu euch kommen. Der Käpt'n ist auf dem Weg. Mein Schüler, wie weit ist dein Machtfortschritt? Ich bin in der Lage, ein Machtschild abzubauen, aber es ist noch nicht stabil. Kannst du damit Blasterschüsse abfangen? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Versuche es nur im Training, nicht im Gefechtszustand. Ja, Meister. Der Gegner braucht nicht wissen, was du im Training hast. Er soll stets Angst in der Präsenz haben. Ein Phasma. Mein Lord. Früher kann man schon wieder nicht. Es scheint so, mein Lord, noch ist keiner der Sturmtruppen erwacht. Das ist sehr bitter. Sehr bitter. Nun, was gibt es zu berichten? Wir haben beim letzten Mal ein großes Wellenlager in unsere Gewalt gebracht. Wie war die Ausbeute? Wir haben sehr viel Munition bergen können, jedoch nur die schwache Variante. Wir haben explosive Minen, sowohl als auch Giftgasminen erbeuten können. Wir haben eine Gasmaske, die anscheinend vor diesem Giftgas schützen kann. Wir konnten einen Flügelanzug bergen. Interessant an. 110 der einheimischen Goldmünzen. Agnarokthaler. Ja, anscheinend treibt auch die Rebellion Handel mit den Schmugglern. Oder wo bekommt man die sonst noch her? Ich habe sie bis jetzt auch nur von Herrn Gai. Das gilt es näher zu untersuchen. Wir konnten eine Balliste bergen. Ein großes Verteidigungskonstrukt befindet sich aber in der Obhut des Baumeisters, des Architekten, der ich weiß nicht wo es genau hingepackt hat. Und wir haben ein Funkgerät mit einer neuen Frequenz geborgen. Ich habe auch eins davon. Gut, du bleibst in dieser Frequenz, wenn du es mit hören kannst, berichte es. Und natürlich jede Menge Öl war in der feindlichen Basis zu finden. Und etwas Freimunition. Freipassen. Im Vergleich war es aber sehr wenig. Das meiste war nur schwache Munition. Wie viele von diesen Ragnatalern waren es genau? 110 habe ich nun in meinen Taschen. Ich weiß nicht, ob sonst noch jemand einstecken hat. Wir bringen sie hoch in meinen Tresor. Wird gleich nach der Besprechung gemacht, mein Lord. Nun, was werden wir nur zu dritt tun? Ich habe bereits damit angefangen, die Rüstungen zu reparieren, alles wieder ordentlich wegzupacken, damit unsere Sturmtruppen wieder Ersatzrüstung haben. Jetzt kontrollieren sie die Sturmtruppler, die im Kryoschlag ebenfalls auf die Pflanze. Wird gemacht, mein Lord. Mein Schüler. Wir werden uns darum kümmern, diese Springer näher zu untersuchen. Pottpflanzen herauszufinden, wie man das am besten anstellt. Vielleicht müssen wir sie separat in ein Kriege sperren. Anderen Tieren. Oh, das ist ja rund. Gibt es weitere Fragen? Zurzeit nicht, mein Lord. Ja. Nein, Meister. Natürlich. Sitzung beendet. Ja, das ist heute sehr, sehr arm. Sehr, sehr arm. Captain Fassmaskaten blüht prächtig. Eventuell sollte dort noch ein Sound kommen, damit nicht jeder rüber läuft. Der Architekt ist ebenfalls im Kryoschlag. Machiat den roten? Cände raus constantly wieviel Plaf. Nach incr Boulder. Insofern,ick-up. Jetzt ist es Lauf. Oder wir italienisch kennengelernt? Snifeln? Jmma attraktuen. besser wie es ressource technisch aussieht aber ich glaube ich musste mal kämpfen fast man meinen schüler mal ganz kurz zahme farme damit du an die staff zusammenkommt aber was wäre zeit wenn man ich mich dann allein um die aktoren ich guck mal hätten fast man meistens der überblick der stand der ressourcen an was mangelt es zur zeit nahrung es mangelt wie immer sehr stark an nahrung bringt ihr grüner daumen nicht genug nein die sturmtruppe verlangt es nach fleisch ordentlich gestärkt für den kampf zu sein werde mich darum kümmern nehmen sie meinen schüler um das lager mit den einen holz und co aufzufüllen und sie werden gemeinsam eine mission bilden ich hoffe die zwei nehmen auf ihre mission natürlich breitmäuler weil alle breitmäulen kann ich schon ordentlich schleppen die fleisch gewinnung meiner ist ja tot die fleisch gewinnung hat begonnen weil da kann man immer gebraucher warum hat das gott das und das hilft uns auch play technisch weiter geht hier 1 keine tiere und immer haben wir doch hier tiere en masse bauen hier wahnsinn meine tiere das ist nun an unserer spalt und hier notiere ich ja so 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 Was ist denn das? erwischt es gibt die kategorie getikert ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Meine Flasche ist voll, die muss ich nicht füllen. Jetzt bin ich vom Feier verstanden. Die Feuerspur haben ja mir gelegt. Die Feuerspur haben ja mit Absicht. Die Feuerspur haben ja mir gelegt. Ich weiß nicht, wie viel Fleisch ich brauche, aber ist das schon mal ordentlich, oder? Oh, ich halte die Nacht so nicht in. Ich bin in der Nacht unterwegs. Ich muss eigentlich mal heimflitzen, ob sie das zuhause in die Base Wanks einhalten, die Nachtruhe. Aber die sind ja auch losgegangen auf Mission. Das wäre ich nicht packe, oder? Nur ein Schwert. Das gilt es herauszufinden. Das gilt es herauszufinden. Ja, ich muss ja auch losgegangen. So. Der Steh-Go ist auch fällig. Da-da! dann habe ich aber genug fleisch da kann ich wieder zurück der raptor ist dann auch schon schwer ist die haut noch nicht dabei gemacht gut ich gehe zurück und dann können wir mal was wir als nächstes machen ich weiß gar nicht mehr server technisch wie züchter ausgelebt ist ganz interessant wäre mit raptor babies ok wenn er wegrennt man nicht weiter zu beachten das muss muss es starker sind ich hab doch 400 und fast 400 damage das hier wird ja richtig interessant na der muss richtig hohes level sind es war gut level ab und der war hola 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 wird ab da muss ich erhole dann ist dann sowieso gut dass wir nach hause gehen dann kommen wir bleiben stehen da ist die stamina schneller voll machen wir noch mehr stamina wir sind zurück ja die breitmäuler sind weg die sind noch unterwegs ich frau mono naja aber statt muss man immer wieder das mikrofon in stelle captain fasma bewirken sie sich noch auf ihrer mission was sehr interessantes gefunden eine neue kreatur der schüler hat sie bereits etwas in augenschein genommen es scheint eine sehr alte kreatur zu sein um die 140 jahre alt sie scheint pflanzen zu fressen sie hat einen ähnlichen körperbau wie die breitmäuler nur einen anderen hals und ihre vorderbeine gehen auf den boden und bleiben nicht in der luft das heißt das tier bewegt sich auf allen vieren ihre entdeckung ist sehr interessant mein schüler ist bei ihnen er müsste müsste in der lage sein mit der kreatur fertig zu werden und den willen des imperiums aufzuzwingen dann werden wir noch etwas länger unterwegs sein er wird eine kodeprobe brauchen ich gehe mal wieder aus der frequenz raus schon hören wir da nämlich alles mit was für kreatur haben die wohl gefunden was denken welche kreatur handelt es sich hier aber ich habe 100 noch was bache dabei gewundert dass der raptor nichts tragen kann also es darf haben wir ja eigentlich ordentlich als wenn alles offen ist nicht in die oder als dass Aktiviert. Es ist in der Base. aus dem cryo schlaf erwachen hoppla findet ihr helm nicht Amen, Sorts. Bitte, der Riem Helm kaputt. Ich glaube, der Riem Helm ist kaputt. Ich lasse das Käpt'n, falls mal später Regler. Kaputt geht, wenn der Radpuder drin ist. Also du denkst, ein Springer. Alpaka kann es. Ah, das ist Alpaka, okay. Irgendwie scheint das Mikrofon nicht richtig zu funktionieren. Okay, Tecna. Ach, komm, und da hinten sind noch Tiere. Ah, stimmt, der hat ja abgesperrt. Komm, kommt unter der Luft, das ist ja geil. Was hat das mit ihm gebracht? Oh, fett. Das ist fett. Oh, da sind noch Viecher. Unser Plateau groß her, Wahnsinn. Wir kümmern uns da jetzt mal mehr um die Raptore. Um zu sehen, wie ich das am besten anstelle. Das ist ja auch nochmal ein Männchen. Weibchen. Wie mache ich das am besten? Nein, ich... Oh. Öpfel-Fasma scheint meine Lupe zu haben. Das gestaltet das Untersuchen der Tiere ein bisschen schwerer. Seil und... So, Anbittpfosten könnte man vielleicht weiterhelfen. Jetzt kennen die Eiche noch so aus dem Weg gehen, aber ihr seht eigentlich so beschnuppern. Ja, so ein bisschen gegenseitig beschnuppern, wäre doch ganz toll. Das sind zwei Weiber, du bist ein Kerl. War mal gut, wenn ihr euch so ein bisschen beschnuppern. Dann machen wir die Kerle ein bisschen... da drauf. Komm. Als würden sie mit einer Rede, ne? Man hat sie nicht so gut verstanden. Ich glaube, ihr Mikrofon funktioniert nicht richtig. Da müssen wir mal gucken. Heißer-Rudyne. Das ist ein Kerl. Untertitelung des ZDF, 2020